So, und damit herzlich willkommen hier zu, ähm, ja, Let's Play Baldur's Gate. Ähm, ich nehme jetzt diese Aufnahme nach der ersten Aufnahmesession des gestrigen Abends auf. Ähm, einfach weil uns das Intro abhanden gekommen ist. Ich sage uns, weil, äh, ich bin nicht ganz alleine. Ähm, genau, ich habe jemanden rekrutiert, der mir dabei mithilft, aber das erzähle ich dann noch in der nächsten Folge. Äh, dies ist dann quasi jetzt immer nur das Intro, die Charakterstellung folgt dann auch zugleich. Und, ähm, wahrscheinlich auch noch die ersten Abenteuer der Helden. Ähm, was gibt's hierzu zu erzählen? Äh, das Spiel wurde von Bioware, ich glaube 1994, äh, veröffentlicht. Und, äh, jetzt dann später in der Enhanced Edition von Beamdog noch einmal veröffentlicht, damit man das auch nochmal anders online spielen kann. Und das ist dann auch jetzt gerade dieses, diese, diese Übersicht, die wir jetzt hier gerade sehen. So, und, äh, wir fangen mal nicht an mit den schwarzen Gruppen, nein, wir fangen an mit Baldur's Gate. Oh, 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 oh. Ich werde der Letzte sein. Und du wirst als Erster sterben. Baldur's Gate in der Enhanced Edition.